Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Fortnite, boah, zusammen mit hier Special Guests, Leute, mit der Bertha, mit dem Blue und den Chris. Hallo. Servus. Tag. So. Voll mit dem Bild jetzt hier. Ja. Tag. Waren wir hier nicht gerade schon? Deja vu? Ja. Deja vu? Der Gegner? Ja, zwei Teams. Der ist ab. Ja. Vollgas. Ich hab ne Pistel. Du kannst nicht sehen da in deiner komischen Hütte. Ich hab aber noch mal niemanden gesehen. Ich hab keinen gesehen, ohne Flachshitz also. Du hast jemanden gesehen, aber wir trinken hier erstmal oben viel im Schlürfdrang. Ja, ich muss ja... Waffe da oben gehört mir. Mit Ankündigung, darf keiner mehr wegnehmen. Ich hab ne Trugel. Ich bin auf Gegnersuche. Ja, vielleicht sind die auch abgedreht, aber ich mein, ich hätte jemanden gesehen. Ich glaube es nicht. Vielleicht zu der Villa da hinten. Ich glaube es nicht. Oder zu Vailing. Ich weiß es nicht. Also oben auf dem Dienst ist auch keiner. Ja. Auf dem Turm. Woher willst du das wissen? Weil ich ihn beobachtet hab. Oh ok. Außer wir müssen hier noch ein Kiste ziehen. Ok, ihr kennt ja nicht schon diese geheime Mission hier aus dem neuen Battle Pass? Ok. Auf der Map sind ja 15 oder genau 15 Zelte versteckt. Wenn du alle 15 Zelte in einer Runde platt machst, kriegst du das Zelt Outfit. Oh la, das ist ein Scheiß, ne? Das müsst ihr eben nicht glauben. Hab ich sowieso nicht. Hab ich sowieso nicht. Das war ein Zelt Outfit. Sehr gut für den Zelt Outfit. Den ziehe ich. Das muss einfallen, dass wir können. Ja, aber das wär stylisch. Ok, das Camping Outfit. Das Camping Outfit, Entschuldigung. Ach, wir gehen weiter. Ist ok. Ist gar kein Problem. Ich komm mit. Du kannst ja gerne in den Händen bleiben, wenn du willst. Ok, ich kriegst eigentlich vor, ey. Ja, keine Ahnung. Ich hab nix zu verlieren, also. Aber wir entfernen uns von der Zone, ist euch auch klar, ne? Ja, ist doch egal. Ist doch egal. Gut. Er hol gleich sein Schlauchboot und zieht uns dahin. Jetzt haben wir eine Minute, gehen wir los. Ich hab ne Falle. Ich lass den jetzt schon wieder gefunden. Eps, ne taktische. Ich hab ne Falle. Wow. Ich hab ne Falle. Wow. Ich glaub, die Ringe ist nicht viel. Die sind, äh, die schallgedämpfte Maschinenpistole ist übrigens, äh, fast genauso stark oder sogar stärker als ein Skar, hat man mir gesagt. Also, für sie, ne? Dir zu, dass du immer einen im Inventar hast. Alles klar, Chefin. Gut. Oh, mit dem Kart. Oh ne, das ist ein Ding. Uh. Ne, ein Klaus mir nicht das Letzte. Der Helikatz. Shit, ich muss auf die andere Seite. Du fließt hier nicht einfach in Funktion, ne? Wenn du damit nicht so weit kommst. Katschen cooler. Aber du kannst ja gleich einen Schirm nehmen. Mir kommt ein Drop bei mir. Ihr wisst schon, dass wenn ihr da reingeht, dass die Dinger wechseln und wir nicht hinterher können, ne? Ja, ich weiß ja eigentlich nur. Ja, weil Bertha schon hinten am Marsch der Welt ist. Ja, hier sind auch Gegner bei dem Drop. Da sind Gegner hier drunter. Guck gerade hier auf euch. Ich kann eigentlich nur ein Auto holen und euch einsammeln. Kann man aber irgendwie nicht runter. Scheiße. Hm. Dann hat man nicht so ganz funktioniert. Ups. Berta, wir kommen. Oh, da kommt auch noch jemand angeflogen. Wo dann? Der ist bei euch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist hinter euch. Ich bin im Busch. Überfahr mich nicht. Überfahr mich nicht. Überfahr mich nicht. Geht eh nicht. Du denkst nicht wie ein Blind, oder was? Wollt ihr jetzt drauf, oder nicht? Lol, was hast du denn davor? Achso, warte, 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 warte. Ja. Hinterm Berg sind... Ja, ich hab den anderen... Das ist doch scheiße egal, was dann nur da ist. Nein, hier hinterm Berg. Hier hinterm Berg ist Gegner. Ja, dann mach uns dann aufmerksam. Ja, weil das Kart ja so leise ist, Chris. Ja, ja. Das hört ja gar keiner. Da ist auch Gegner. Da ist auch Gegner. Da ist auch Gegner. Auf dem Hausdach war der. Da baut der gerade. Ja. Oh nein, ich hab die Öffel an die Gegner. Das war dein. Ich sag's grad schon. Die wechseln. Wo ist der dritte? Bei dir. Kein Problem, Bertha. Ich bin immer für dich da. Ach, klar. Da ist aber noch einer. Habt ihr alle daumen? Hallo. Hi. Ja. Hier unten ist Medikit und Bandagen. Ich bin down, hallo. Genau, klar. Achso. Ich dachte, du würdest schon aufrollen. Ich mach das. Was erhebt euch jetzt mal? Die ist nicht von dir. Alle sind total konzentriert heute. Unglaublich. Hallo, ich bin down. Ich bin auch noch da. Hallo, ich bin down. Ich bin auch noch da. Hallo. Hilf mir jemand. Bitte. Ey. Einen Killer gemacht und nicht mal ein Dankeschön. 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 Ja, ja. Das ist einmal zu spät. 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 Vanjrouw und den Ball down. Gehen am Loot. Kann jemand vielleicht sein... Seinen Marker wegmachen? Sonst habe ich nichts genommen. Ich kann die höchstens mal geht in jedem. Alles für Marker? Alles gut. Alles gut. Ob der weg gemacht wird, kann der blau-rote. Ja, ja. Schaut recht. War hier woanders hin. Also ich möchte richtig machen. Hey, Freezy? Ja. Wir gehen weiter. Ja. Ich komm. Hier ist ein Gegner an dem Baum. Neben dem Baum. Wer hat mich aufgesehen? Ich habe ihn down. Sehr gut. Wenn da vielleicht eine Waffe wäre, eine AK, AR oder sowas, besser als Grün, würde ich gerne eine nehmen. Gibt einer noch was zum Hallenschild oder Lagerfeuer? Schilder, hier, hier, komm mal her. Ich habe alles abgegeben. Ich denke mal da Sniper-Schüsse. Ja, habe ich auch. Einen Moment. Chris, kommst du? Ja, das ist Deckhunde. Ich habe die Wände denn hier wieder zugebaut. Hier liegen überall Pilze, wenn noch jemand Schilde braucht, hier zum Beispiel Berda. Wir sind vorbeigerannt. Alles mitnehmen, damit wir für den Endkampf gut gerückt sind. Für den Endkampf auf jeden Fall. Ja. Ja, Chef. Ja, Chef. Pass auf. Fallen auf. Ja. Habt ihr noch einen kleinen Schilddrink oder habt ihr die alle aufgebraucht? Ich hatte nur zwei. Die habe ich Berda gegeben. Vor uns Gegner. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach nein, es liegt auf den falschen. Ich weiß, dass ich in Gefahr bin, aber eigentlich für euch nicht. was wird dann losgegangen. Uhhh, hier kommt... Von wem? Er hat eingedownt. Da liegt noch ein Halbautomatisch herum. War der direkt down? Nein. Der war genockt. Hier ist ein jump pad. Oh, scheiße. Die nächste Frage. Hier ist noch einer drin Wo genau? Wo waren die Steps? Hast du mal in der Container geguckt? Der ist hier drin oder wo geht die Wand hin, ja, ich wusste, als ich die Wand gesehen habe, wurde ich eigentlich schon, ey, hab den jetzt da echt mit einem Raketenwerfer reingeschossen Ja klar, was denkst du? Gerta, hier, hast du Bandagen? Ja, hab ich... Ich hab's mir fast gedacht, aber ich dachte, ich seh das von dieser Seite Ich hab die Steinwand gesehen und dachte, ich seh das, wenn ich drin bin Also ich hab kaum Munition, ich hab sehr, sehr wenig Pump und 30 Schuss von der AR AR kann ich dir was abgeben, Pump hab ich auch noch 25 Okay, Pump Der AR Dann nimm mal die Pumpschüsse, weil du schon wenig hast Äh, Gegner, nordwestlich 330 Erst die Munition Zwei Stück, ja ich komm Er packt auf hier Warte, hier Oh ja, nice Jo, jetzt bin ich gerüstet, Leute, auf geht's Nordwestlich 330, auf dem Feld Da wo gebaut wird Wir müssen erst Richtung Zone Ja, die haben Sprungmodule Ja, die Zone ist die andere Richtung Ja, deswegen Eigentlich könnten wir da hingehen werden, die neuen Päten sind Äh, die sind mit dem Sprung, äh, mit dem Jumppad weg, äh, sprung In dem kaputten Haus sind auch Gegner Komm, wir springen, fliegen mit dem, ach Scheiß drauf Ja, mit dem Jumppad, komm Ja Ja, why not Jetzt hab ich mich aber erschrocken Komm, die Scheiße dann hingebaut Hier Ja, der hat drei Granaten auf mich geballert Die erste hat mich gedownt und die zweite hat mich getötet Warte, wir müssen direkt Wie, wird das down? Ja 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 Ich hab da mich gerade angefangen Oben auf dem Berg Links von uns Da unten ist ein Ding Ach nee, da kommt drauf Ich dachte, da wäre so ein Portal Mach das, mach das, mach das Kart weg Ja, ohne Kart ist besser Der ist nochmal ein ganz Waffenbarer Da, hier oben Auch nicht wird geschossen Pass auf, pass auf Ja, ja, der hat der Einbau Ich habe nur noch einen HP Das ist nicht so ganz viel Das sind drei Leute über uns Ja, das war Das ist so gut Erwart'n Ich habe ihn gerade gesehen, zu spät Nein Hier ist sie kommen Da ist sie nirgert Ja Der fackt der seine Rakete irgendwie aus Lasst mich in Frieden Die heilen sich ja, schiss drauf Oh Schiss drauf Na ja Hätte er sein können Na ja War aber ne gute Runde eigentlich Auf jeden Fall Ja So, Belohn noch einsammeln Bam Battle Pass Aufstieg 45 46 Ja 46 Ja, tut mal lieben Freunde Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schreibt nen netten Kommi Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss 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 Vortraubig tschüss Ja